Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und schaute mich wieder für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich wieder mal um ein Quest Achievement. Das ist nämlich jetzt das vorletzte, was mir bei der Allianz fehlt. Und zwar coole Schlittenfahrt. Und dafür müssen wir drei verschiedene Weltquests machen. Einmal Schlittern mit Stil, dann Frostiger Stil und Flutsch und Weg. Und das sind drei Weltquests, wo ihr so einen Pinguin braucht. Und zwar so einen. Und hier einmal so eine Strecke runterrodeln müsst quasi. Und das befindet sich alles drei in Kultiras. Ich glaube, das ist auch ein Allianz-Achievement. Wir haben nämlich hier eine, dann haben wir hier oben eine. Das ist Flutsch und Weg, das ist die letzte, die mir fehlt. Und dann ist hier oben in dem Berg. Also quasi in jedem von den drei großen Bergen gibt es diese Weltquests. Und die sind relativ selten da. Und ich hätte jetzt relativ lange gebraucht, bis ich jetzt die letzte hier hatte. Und ja, teilweise backt sie auch, dass der Yeti hier gleich steht. Im Endeffekt ist das Ziel, dass man hier, ja, jetzt ist der Yeti dahinter, quasi anquatscht. Und manchmal wird man aber auch geslowed. Man darf nicht zu nah an den Rand rankommen. Das ist manchmal ein bisschen tricky mit den Dingern. Das sind quasi, jetzt steht der Yeti wieder vorne dran. Wie ich es hasse. Eigentlich soll er halt hinten dran stehen. Jetzt kann ich mich gleich mal in der Aufnahme hier ein wenig blamieren. Jetzt steht er wieder hinten dran anscheinend. Wunderbar. Und schau, jetzt wurde ich an der gleichen Stelle, wurde ich jetzt, okay, jetzt wurde ich wieder geslowed. Das ist nicht gut. Also diese Eishaufen, diese Schneehaufen darf man halt nicht berühren. Ich habe jetzt aber eigentlich keinen berührt. Weil sonst wird man halt geslowed. Und wenn einen der Yeti erwischt, dann hat man halt verloren. Und man muss quasi hier in das Ziel, bevor einen der Yeti erwischt. Und ja, ich habe das geschafft. Gab auch mein Achievement. Wie gesagt, ihr müsst halt warten, bis alle drei Weltquests ab sind. Und das, soweit ich es gesehen habe, auch alle drei mit einem Charm machen. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Alli-Only-Ding. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, bei der Horde hat man das nämlich nicht. Nein, da habe ich es nicht bekommen. Das geht wirklich nur mit der Allianz. Falls ihr das mit einer Hordler machen wollt, funktioniert nicht. Ja, ich brauche jetzt nur noch ein einziges von den Achievements. Und das ist dieses Säbeltron-Ding. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch noch offen haben. Denn da muss man verdammt viele Wochen warten, bis immer die Weltquest mit dem anderen von diesen Säbeltrons kommt. Und ja, das ist ein bisschen nervig. Gut, das war es mit dem kleinen Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.